London, Prinzessin Beatrice zeigte sich vor ein paar Tagen mit ihrem Gatten Edoardo bei einem Event in London. Sie wirkte blass und dünn. Insider haben einen traurigen Verdacht. Prinzessin Beatrice, gefährlicher Magerwahn? Sie sind gern gesehene Gäste auf Londons Society Parkett, Prinz Entrus, 64, Tochter Beatrice, 35, und die Ehemann Edoardo Mappellemuzzi, 40. Kürzlich besuchte das Paar eine Buchpräsentation in einem Luxushotel und posierte für die Fotografen. Die Prinzessin hatte sich fein herausgeputzt, trug ein frühlingshaftes Blümchenkleid. Ihr Gatte kam mit ungewohntem Dreitagebart. Doch nicht nur den Fotografen, sondern auch den Gästen fiel. Auf, Beatrice wird immer dünner. Man fragt sich, was steckt dahinter? Nutzt Beatrice dieses gefährliche Abnehmmittel? In ihren späten Teenagerjahren und mit Anfang 20 kämpfte die Prinzessin mit ihrem Gewicht. Nachdem 2008 unvorteilhafte Bilder von ihr in Bademode veröffentlicht wurden, auf denen sie deutlich mehr Kilos auf die Waage brachte als heute, war sie so geschockt, dass sie die Notbremse zog. Von da an trieb sie viel Sport und nahm 2010 sogar am London-Marathon teil. Dennoch fragt man sich, ob sie jetzt nicht etwas zu dünn ist. Im Internet wird über viele mögliche Gründe spekuliert. Manch einer vermutet, Beatrice könnte ein neues, insbesondere bei Prominenten beliebtes Abnehmmittel nehmen. Das Medikament wird einmal in der Woche ein Oberarm oder Unterbauch injiziert und verspricht Gewichtsverlust ohne Diät oder Sport. Ein Wundermittel, könnte man glauben. Doch Experten schlagen Alarm, es kann zu Darmverschluss und Entzündungen der Bauchspeicheldrüse führen. Vielleicht hat die extrem schlanke Erscheinung der Prinzessin aber auch andere Gründe. Immer wieder wird die Verstrickung ihres Vaters Andrew in den Sexskandal um Jeffrey Epstein 66, thematisiert. Das muss sie als Tochter unendlich schmerzen. Außerdem erkrankte ihre Mutter Fergie, 64, kürzlich gleich zweimal hintereinander an Krebs. Und dann hat Beatrice ja noch ihre Tochter Sienna, 2, und Stiefsohn Wolfie, 8. All das zusammengenommen kann die Psyche durchaus belasten und den Magen im wahrsten Sinn im Zuschnüren. Und dann wird die Psyche durchaus belasten und den Magen im Zuschnüren.